Moin Moin und herzlich willkommen beim Kerbal Modding Mittwoch, diesmal mit Rasterprop Monitor. Rasterprop Monitor ist ein kleines Mod, was euch dabei unterstützt im IVA-Modus, also der Innenansicht eurer Kapseln und Systeme, ein Raumschiff zu fliegen. Ich fange aber trotzdem mal hier an, weil es bringt auch ein Bauteil mit und das ist die JSI External Radial Mount Camera. Da kleben schon zwei dran. Was die macht, ist euch quasi ermöglichen von innen raus zu gucken. Also ihr baut draußen eine Kamera an und diese Kamera kann man sich wiederum auf Paneelen anzeigen lassen, sodass man im Prinzip weiß, was man da gerade tut, was durchaus hilfreich sein kann, denn der ein oder andere fühlt sich vielleicht ein bisschen klaustrophobisch eingeengt, wenn er nur in der Kapsel sitzt. Was ich jetzt mal vorbereitet habe, hier ist eine Kamera, die quasi nach oben zeigt und hier ist eine Kamera, die nach unten zeigt. Ansonsten ist es eine normale 0.815 hat genug Delta V, um in den Orbit zu kommen und mal einen Swingby am Moon zu machen und wieder zurück zu kommen. Rakete, das machen wir allerdings jetzt nicht komplett. Darum geht es nämlich gar nicht, sondern damit gehen wir jetzt mal raus auf die Startrampe und ich zeige euch das Ganze mal von innen, was ihr damit so treiben könnt. Denn Rasterprop Monitor bietet euch eben genau die Funktionalität, die ihr braucht, wenn ihr schon immer mal eine Rakete von innen fliegen wolltet. Das Ganze integriert sich hervorragend auch mit anderen Mods. Also wenn ihr euch erinnert, hier ist normalerweise nicht ganz so viel funktionaler Kram. Hier sind jetzt tatsächlich funktionierende Rasterprop Monitors, wegen diesem Raster quasi, wo ihr euch Dinge aussuchen könnt. Und hier könnt ihr verschiedene Sachen an- und ausschalten. Wenn die in dem ausgeschalteten Status sind, erreicht ihr auch immer wieder über das hier. Standby, könnt ihr wieder die Übersicht bekommen. Ist hier oben auch schon ein bisschen erklärt, was das Zeug eigentlich macht. Nicht alle diese Screens funktionieren immer, weil teilweise sind die halt gewissen Mods vorbehalten. Zum Beispiel das Thema Autopilot an sich funktioniert nur, wenn man Mech-Jab installiert hat und auch ein Mech-Jab-Modul dran. Klickt man nochmal auf Autopilot, kommt man allerdings ins SRS-Menü. Das habt ihr natürlich, sobald ihr SRS zur Verfügung habt. Ich jetzt hier im Sandbox-Mode natürlich komplett, weil cooler Typ, Piloten haben alle Fähigkeiten. So, gehen wir wieder zurück. Genauso ist das zum Beispiel mit dem Vessel Viewer oder dem Magnetor. Die habe ich jetzt nicht mit dabei, weil beide Mods habe ich nicht in aktuellen Versionen kriegen können. Aber viele Sachen sind halt auch basemäßig mit drin. Zum Beispiel bekommt ihr basemäßig hier noch gewisse Navigationsinstrumente, also ein etwas Extended Nav-Ball, sage ich mal. Also wenn ihr es mal vergleicht. Viele Sachen sind sehr ähnlich. Also der Nav-Ball an sich. Aber, was man ganz klar sagen muss, im Gegensatz zu dem da, kann ich den hier von hier aus auch ganz gut lesen. Und ich habe noch sehr viel mehr Detailinformationen. Ich habe meine momentane Höhe habe ich mit drin. Ich habe meine Geschwindigkeit mit drin. Ich habe den Bezugsmodus, in dem ich mich befinde, also jetzt Surface Speed mit drin. Ich habe mein Rollindikator mit drin, ob mein SRS an ist, ob mein ACS an ist, wie viel Schub ich gerade habe. Radarhöhe, horizontale Geschwindigkeit, vertikale Geschwindigkeit, also wie schnell bewege ich mich zur Seite, wie schnell falle ich gerade nach unten oder fliege nach oben. Lichtbremsen, Fahrwerk, alles. Beschleunigung vor allen Dingen auch, also mit wie viel Metern pro Sekunde beschleunige ich gerade. Und mein Speed eben zu meinem Referenzrahmen im Moment. Wenn ich weiter nochmal draufklicken, gibt es auch noch ein bisschen andere Sachen. Das hier ist halt eher zum Flugzeugfliegen. Also alle von euch, die schon mal irgendwie in einen Militärflugsimulator geflogen haben, werden diese lustigen Climbing-Ladders hier kennen, wo man langtüdelt. Und das hier ist, ich habe keine Ahnung, Verkehrsflugzeug-Dingsbums. Ich habe sowas, glaube ich, mal in irgendeiner Boeing bei Flight Simulator X gesehen. Das hier wiederum erinnert mich wieder sehr an Flugzeug. Ich persönlich finde, also ich benutze immer den hier zum Raumschiff fliegen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Informationen in sehr kondensierter Form gibt. Deshalb auf jeden Fall schon mal nicht falsch. Dann gibt es noch den lustigen Graph. Hier kann man sich quasi anzeigen lassen, wie die Flugroute verläuft. Also Höhenanzeigen plotten letzten Endes. Ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde den nicht so super nützlich, kann aber vielleicht beim Flugzeugfliegen ganz interessant sein. Target Management, das erlaubt euch von hier drinnen aus, und dann beginnen jetzt die Knöpfe hier interessant zu werden, Ziele auszuwählen. Also meistens will man ja irgendwo hinfliegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will zum Mann fliegen oder zum Mond fliegen, dann sollte ich den hier halt auch mal auswählen. Und das kann ich ja normalerweise nur über die Map machen. Und da ich ja jetzt hier im Full IVA-Modus unterwegs bin und den Mond gar nicht auswählen kann, kann ich ihn aber hier auswählen und zack, Target Moon. Und jetzt habe ich hier halt auch schon meinen Indikator drauf, in welche Richtung das geht. So, ich nehme es mal wieder raus, weil das interessiert uns jetzt gar nicht. Also kann man natürlich auch wieder löschen, die Ziele. So, und wir machen mal weiter mit dem nächsten. Also Autopilot hatten wir ja kurz schon. Vessel Ignitor können wir überspringen. Depi ist der Docking Port Alignment Indicator. Ist auch ein Mod. Ist das hier quasi? Vergleichen? Aha! Ist genau das. Genau. Damit könnt ihr, wenn ihr auf etwas anderes Dock quasi das Docking mal über ein bisschen kontrollieren und euch anzeigen lassen, wie ist gerade mein Indikator zum anderen bla bla bla. Werde ich euch sicherlich noch mal extra vorstellen. Ich habe es jetzt einfach mit reingenommen, damit ihr seht, das gibt's. Also das ist der Docking Port Alignment Indicator. NAV ist noch ganz interessant, wobei mit NAV hat das manchmal gar nicht so viel zu tun. Das ist nämlich der sogenannte Scansat. Das ist auch ein Mod. Hat's hier? Das ist nicht das, was ich wollte. Da ist es. Mit Scansat kann man quasi so über Satellitendinger und Anbauteile die Oberfläche kartografieren. Funktioniert jetzt natürlich nicht ohne so ein Anbauteil und am Boden stehenderweise. Deshalb ist das jetzt einfach mal grau. Ist aber ganz witzig, weil damit kann man wirklich aus dem Orbit sich eine komplette Karte erstellen, wo es jetzt eine schlaue Idee wäre zu landen und wo halt nicht oder nach irgendwelchen Sachen und Biomen scannen. Also gehen ganz witzige Sachen. Ist aber ein anderes Thema, will ich jetzt nicht in der Tiefe aufgreifen, weil das sprengt den Rahmen. Das hier ist eine ganz coole Übersicht, weil das eigentlich uns zwei Sachen gibt. Also hier ist erstmal so generell Orbital Statistiken nenne ich es mal. Also APAR ist APOAPSIS ALTITUDE. Also wie hoch ist meine APOAPSIS gerade? PEAR ist PERIAPSIS ALTITUDE und so weiter und so fort. Aber viel spannender finde ich... Jetzt habe ich den falschen Knopf genommen. Das da. Das hier ist quasi ein bisschen Fantasie. Man muss jetzt erstmal drauf kommen. Also ihr habt die ganzen Zahleninformationen auch, aber hier ist so eine halbgrafische Anzeige von Körben. Das hier ist die Lithosphäre, also der Gesteinsbrocken, der den Planeten ausmacht. Die etwas gräulichere Linie ist quasi die Atmosphäre. Und wir sind da so. An diesem spratzelnden, oszillierenden Ding. Und damit kann man sich seinen Kurs plotten lassen. Meine Güte. Und sich aber auch anzeigen lassen, wenn ich jetzt zu einem anderen Himmelskörper fliege. Also ich probiere das mal aus, ob er direkt umspringt. Zack. Celestials. Wir möchten jetzt gerne zum Mond fliegen. Dann kann ich mir eben diese... Dann wird das alles ein bisschen weiter rausgezogen. Und ich kann mir hier auch angucken, ob ich ein sauberes Manöver geflogen habe, um den Mond halt auch tatsächlich zu treffen. Also sehe dann hier, ob ich irgendwie ein Sphere of Innsflow ins Wechsel habe. Also ob ich in die Einflusssphäre des Mondes komme oder nicht. Weil sonst kann man das ja so ein bisschen schlecht abschätzen. Ich meine, du kannst ja nicht aus dem Fenster gucken und sagen so, ja Mond. Sondern man muss das ja irgendwo sehen. Und deshalb gibt es hier diesen Monitor. Den erreicht man dadurch, dass man bei NAV, ich mach mal hier nochmal aus, also Entschuldigung, bei ORB, bei ORB nochmal auf ORB klickt. Dann kommt man in diesen hübschen Modus rein. Finde ich persönlich relativ praktisch. Kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, ob man das unbedingt braucht. Ich finde schon. Allein schon, weil ich mag es, wenn ich dann trotzdem irgendwas sehen kann. Und ansonsten kann man es ja auch auslassen. Dock ist, ja, das ist glaube ich nochmal Docking, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir haben aber gerade kein Ziel. Also von daher kann man da nicht allzu viel mit anfangen. Data, genau. Das sind so generell Statusinformationen über unser Raumschiff. Also in welchem Status wir gerade sind, wo wir gerade sind, wer das fliegt. Missionszeit, Längen und Breitengrad, Wet und Dry Mass. Also wie viel wiegen wir mit Treibstoffen, wie viel ohne, wie viel G wirken gerade auf das Raumschiff. Das ist für uns Zahlenfetischisten. Also alle von uns, die so gerne, gerne sehen wollen, wie platt wir den Körbel gerade im Sitz drücken. Für die ist genau das hier das Richtige. Ansonsten gibt es dann noch den Crew Rooster und wenn man den nochmal drückt, gibt es auch ein Flight Log für Dinge, die so unterwegs passieren. Da können wir gleich mal, nachdem wir ein bisschen was gemacht haben, reingucken. Da gibt es die Resources. Das ist, das ist quasi die Raster Prop Monitor Variante von, tada, das da. Also das ist jetzt für die absoluten Puristen, wenn man sagt, ich möchte nicht mal das hier aufklappen. Dann kann man hier immer nachgucken, wie viele Ressourcen man eigentlich noch hat. Und last but not least gibt es natürlich noch die External Viewing Camps. Die kann man hier auch durchschalten. Also einmal gibt es oben, einmal gibt es unten. Oben ist erwiesenermaßen nicht so richtig spannend. Unten ist erwiesenermaßen im Moment ein bisschen spannender. Ja und dann kann man im Prinzip, wenn man jetzt sagt, ich habe hier meine Einstellung alles gefunden, ich mache jetzt hier mal L-Orbit an und L-externe Kamera, dann kann ich hier drin auch mit den Knöpken alles rumspielen. Also ich kann das SRS anmachen, ich kann natürlich das Fahrwerk ein- und ausfahren, ich kann RCS an- und ausmachen, ich kann das Licht an- und ausmachen. Das einzige, was ich noch nicht gefunden habe, ist ein Knopf für Staging. Keine Ahnung, ob es den überhaupt nicht gibt oder ob ich einfach zu doof bin, ihn zu finden. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht gefunden. Hier kann man auch noch Schub regeln, wenn man das nicht mit der Taste machen möchte. So und theoretisch könnte ich jetzt quasi starten in Richtung Orbit. Und einfach mal sehen, wie die Funktionalität hier so tut, also das geht natürlich recht zählos, haben wir hier jetzt quasi die Anzeige, wie hoch unsere Masse ist. Und je nachdem, wie schnell wir uns dann hier mal wegbewegen, beginnt das dann hier auch so ein richtiger Kuss zu werden. Ja, spannend ist da jetzt nochmal, ich will jetzt gar nicht zu weit nach oben fliegen, dass es natürlich sich von Cockpit zu Cockpit auch unterscheidet, was ihr so für Möglichkeiten habt. Und gerade bei den großen Teilen wird es natürlich richtig interessant, denn bei den großen Teilen habt ihr ja mehrere Pilotensitze. Und generell sind die auch ein bisschen hightechiger. Das heißt, ihr habt meistens ein bisschen mehr Monitore. Jetzt lass mich hier mal rein. Also nicht nur drei, sondern vier. Das sitzt jetzt auf der Position unten in der Mitte. Oben seht ihr die beiden anderen Körbels sitzen. Wir haben hier unsere lustigen Luken-Dinge und alles. Wir haben hier auch immer noch alles, was wir so einstellen können. Und jetzt kann ich hier natürlich sagen, okay, ich bereite mir hier eine Workstation auf einen bestimmten Einsatz vor. Also ich sage zum Beispiel, okay, von hier unten möchte ich das Raumschiff an sich fliegen. Dafür möchte ich gerne, was weiß ich, meine externe Viewing Cam haben. Ich möchte gerne meinen Navball haben. Ich möchte gerne meine orbitale Anzeige haben und von mir aus noch irgendwie meine Scansat-Ergebnisse, die ich schon habe. Oder hier Ressourcen. Ressourcen macht auch voll Sinn. Das ist jetzt natürlich nicht so viel, weil das keine echte Rakete ist. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, von hier aus wird geflogen. Von hier aus fliege ich die Rakete generell. Und am nächsten Arbeitsplatz sage ich dann, okay, ich möchte jetzt hier aber den Docking-Port-Indicator haben. Ich möchte meine externe Kamera nach vorne haben, wo ich sehe, was passiert. Und dazu dann noch irgendwie generell noch die Docking-Anzeige. So, fertig. Und dann habe ich noch den letzten Typen. Der kümmert sich halt um irgendwas anderes. Was weiß ich, der ist hier der Crew-Entertainer und guckt, wer hier alles wohnt oder sowas. Das heißt, ich kann mir wirklich einzelne Arbeitsstationen einrichten, sodass jeder seiner spezialisierten Aufgaben nachkommt. Also es könnte jetzt auch der Navigator sein, dass man sagt, ich baue mir hier einen Mesh-Jab ran. Und der kriegt halt das Target-Management und Autopilot-Kontrolle. Jetzt ist natürlich keiner dran. Und aus Spaß und Unterhaltung baue ich ihm noch eine Karte drauf oder sowas. So kann ich halt jedem Körbel im Raumschiff seine Funktion oder seine Aufgabe zuweisen, sodass letztlich jeder zuzugekommt. Und ich dann mit meinem Raumschiff richtige Missionen theoretisch fliegen kann, obwohl ich hier nur so kleine Fenster habe zum Rausgucken. Ich aber trotzdem mein Raumschiff relativ uneingeschränkt fliegen kann. Oh, guck mal, da oben gibt es sogar noch einen in der Mitte. Der ist natürlich sehr ungünstig gelegen. Und das ist halt bei jedem Cockpit ein bisschen unterschiedlich. Ja, das ist, was Rasterprop Monitor macht. In der Videobeschreibung ist wie immer ein Link. Wenn ihr reingeht und euch diesen Ding anguckt, ich linke mit voller Absicht auch nicht auf SpaceDoc oder sowas, sondern diesmal ins Forum. Da sind unter den Videos, die von anderen YouTubern auch noch den Rasterprop Monitor natürlich auf Englisch erklären, sind auch Links zu anderen Mods, die mit Rasterprop Monitor integriert werden können. Konkret sind das eben zum Beispiel MechJab, Scansat, der Dockingport Alignment Indicator, aber eben auch ein paar veraltete Mods. Also vielleicht kriegt ihr sie ja zum Laufen. Diese Engine Indicator und der Vessel Viewer funktionieren auch noch. Und es gibt eben auch noch andere Mods, die Rasterprop in sich integrieren, sodass man dann mit diesen Mods auch noch die Funktionalität von Rasterprop bekommt. Achso, FAR habe ich auch noch irgendwie drin. Wie gesagt, müssen wir jetzt alles nicht im Detail darauf eingehen. Das sind alles eigene Modding mit Woche, die wir da noch abfeiern können. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, probiert es einfach mal aus. Das ist eine ganz andere Flugerfahrung. Es ist unheimlich, also gerade in der kleinen Kapsel, unheimlich beklemmend, muss ich sagen, wenn man längere Zeit so in diesem Ding eingesperrt unterwegs ist. Hier hat man wenigstens noch ein echtes Fenster zum rausgucken. Da ist es ja irgendwie so ein kleines Guckloch, aus dem man nichts erkennen kann. Ja, man fliegt ganz anders. Man hat plötzlich, also versucht einfach mal auch auf die Map zu verzichten, um keine Manövernotzen und sowas zu setzen. Super spannend, super anders und dann versteht man auch gleich mal, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man wirklich in so einer Rakete drin sitzt. Und eigentlich sich auf diese ganzen Instrumentenanzeigen verlassen muss, damit man eine faire Chance hat, überhaupt irgendwo hinzukommen. Gut, erstmal keine weitere Mission, aber soviel zum Thema Rasterprop Monitor. Viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hein? Es zur Antwort. 4. Dopp. 21. Vielen Dank.